Herzlich Willkommen hier zu einer neuen Folge, zu einer neuen Serie, zu einem neuen Projekt hier im Hauptquartier der Polizei von Los Suenos, einer fiktiven Polizeistation, wo wir gleich die Rolle eines SWAT-Commanders übernehmen, ja, ready or not, und das geht jetzt hier, ja, wie soll ich sagen, wir schlüpfen in die Rolle eines Kommanders, des SWATs, begeben uns auf eine zermöbelnde Reise, der Tod kann hinter jeder Ecke lauern, sobald ein Einsatz begonnen ist, gibt es keinen Neuanfang oder eine zweite Chance, also entweder wir überleben, Verluste sind dauerhaft, sollten wir es nicht schaffen, können wir zurückgehen, desto besser, wir werden, umso erfolgreicher werden wir, unser Team wird immer mehr zusammenwachsen. Und da kommen wir wieder übernacht, ja, Team anzusehen, das waren wir ja einmal, das ist unser Team, die werden wir auch gleich in Einsatz lassen, auch wir lassen unsere Standardausrüstung einmal, und wir können auch gleich zu unserem ersten Einsatz voranschreiten, da heißt, danke wir können bis bald, das schreit mich an, das war eigentlich nicht. Also wenn wir einen Notruf von der Tankesteller bekommen, wir wissen nicht, wer zu dem Zeitpunkt angerufen hat. Sperren, es können drei Verdächtige identifizieren, vier Eingänge, sie sind gewaltig, eine halbautomatische, ist auch dabei, da sind die Verdächtigen, andere Williams, Jane Fletcher, Sion Burtlow, da sind einmal drei Zivilisten da drin, die wir heil herausbekommen müssen, das sind die Medien, die wir bekommen haben, da sind wir die 79. Ich glaube, wir können voranschreiten. Vielleicht die Ziele jetzt noch durchlesen, das war mir jetzt zu viel. Gut. Ich habe mir die Ziele jetzt nicht durchgelesen, ähm, nur... Gaseln retten. Mehr auch nicht. Okay. Spiel? Bist du da? Okay. Lade dir. Da haben wir mich... Schütz... Er ist weg. So, 90%. So, Team. Ganz einfach, wir gehen es ruhig an. Ich will das hier ruhig angehen, denn ich will überleben. Ja. So, wollten wir es nicht schaffen. Ja. Je nachdem wie weit wir kommen, möchte ich, ähm, den Einzelspieler rein starten, und zwar mal die Missionen probieren, wo man mehr Chancen hat. Wir spielen bisher die Kennenze. Okay. Copy, clean house and we'll take them out. So, Vordereingang ist... zu. Ich würde aber seitlich gern reingehen. Das ist eine sehr schlaue Entscheidung, auf jeden Fall von ihm. Tuck fünf. Tuck fünf. Ja. Ich bin. Tuck. Tuck. Upp. Tuck. 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 Highground to talk. Talk reporting. Okay, da ist ein Besitzer, das Land. Oder Mitarbeiter? Oder Mitarbeiter? Das ist sicher, ja? Tosh, wir haben einen Sivillian in Kustodien. Was noch? Talk to Entry Team Roger, Entry Team Keep going Top 2 sind down Behind Run, Run Du nachladen Suspect making it safe Got one down Do it now Roger that. Continue with your mission Hey, there's people over here Help her Get down and don't move Get down and don't move I'll get them ready Leave the talk We have to do it Do it right there Do it right there Talk to High Ground Copy the team Notifying trailers Den müssen wir anscheinend nicht verhaften Das ist eine Sarkase Fangstall mucke da Ich will es zurück. Gut zu gehen. Es ist nichts gut zu gehen. Jetzt! Talk zu all den Zivilisten. Krieg ich verhaftbar? Alle Zivilisten, das heißt, es sind auf jeden Fall noch mehr hier drin. Oh, da haben wir gesichert. Passt. Vielleicht was springen? Oh, okay. Kann man nehmen, festnehmen. Oh, da gehts hier. Oh, excellent work. Ja, souverän. A plus. Sehr schön. Na, souverän. Wir haben die Tankstelle gerettet. Wir haben ihnen... ...genau das... ...souverän eigentlich. Ich habe, glaube ich, nicht einmal einen Schaden erhalten. Das seilliche Eindringen war super. Wir haben den nämlich auf der linken Seite gleich geschnappt. Dann sind wir durch. Da waren die... Stimmt, aber warum habe ich die Tür aufgemacht? Zu dem Lagerraum, oder warum war der offen? Ich habe es noch grafisch ein bisschen runtergestellt, muss ich sagen. Ich hatte leichte Performance-Probleme. Ich glaube, das Spiel ist auch nicht so gut optimiert. Ja. Meine Ausrüstung kurz schauen. Die MK18. Ich möchte mal ein bisschen durchprobieren. Ich möchte mal die AK9 nehmen. Mit einem Mikro T2. Einen Schalldämpfer. Und eine Taschenlampe. Die AK9 habe ich eh nicht getestet. Leichter Schutzausrüstung. Der Hamek. Ich komme schon wegen dem Visier, aber das tockt man nicht. Ja, nehmen wir das einmal. Nehmen wir das einmal, der SM5. Hier gibt es ja auch eine... Training Facility. Woher die Ends sind? Singles Shooting Range. Da. Officer Barnes, report to Staff Training. Ich dachte man kann leider nicht die Ausrüstung bearbeiten. Dann bauen wir das STTR-Beser. Oh ich sehe schon das ist nichts. Kann man eine neue Tafel machen? Na. Mit Abstand ist das nichts. Oh ich sehe schon nicht. Machen wir das jetzt mal. Ja, nicht. Officer Fraser, please call extension 4342. Officer Fraser, 4342. Okay. Nehme ich. Was? Dann sind wir zum nächsten Mal. Wenn es dann weiter geht im nächsten Einsatz. Wo auch immer das uns hinführt wird in der Stadt. Wir versuchen es sich hier zu machen. Mit dem neuen Commander. Da halten wir sich gleich mal hin. Alex ist in der Stadt. Irgendwann merken sie sich. Bis dann.